Disziplin bedeutet nicht Kontrolle. Es geht nicht darum, sich selbst zu kontrollieren, sondern darum, den Verstand zu haben, genau das zu tun, was nötig ist. Es bedeutet einfach, dass man in jeglicher Situation das tun kann, was nötig ist, und nicht das, was man tun möchte. Das bedeutet, man handelt im Wesentlichen nicht aus persönlichen Zwängen heraus, sondern nach den Erfordernissen der jeweiligen Situation. Das wird in der Welt benötigt. Es geht nicht darum, uns selbst zu kontrollieren. Es geht nicht darum, uns zu konditionieren, auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren, sondern in der Lage zu sein, das zu tun, was nötig ist, jenseits der eigenen Vorstellungen davon, was ich mag oder nicht mag, sondern einfach das zu tun, was in einer bestimmten Situation nötig ist. Das wird nicht nur die Situation schön machen, sondern ist auch eine wunderbare Möglichkeit, für dich zu wachsen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017